Mr. Davide Das ist er doch, ist er das? Ist das der Tommy? Das ist doch der Tommy, ich glaube. Das ist der Tommy, genau. Wetten das, dass es noch möglich ist, dass wir wenigstens für mich nochmal auf die Couch gehen mit dem Filmbike. Wetten das? Vielen Dank. Auch, aber auch. Funktioniert sehr gut, wirklich. Und die Schauspieler zusammenarbeiten und da ist was ganz eigenes, schönes bei Rossi-Kopp. Also kann ich mal empfehlen. Mit einem Team. Partner aus Erlangen kann man immer viel erlangen. Vielen Dank nochmal. Und du, gehst jetzt wieder boxen nach München? Geht jetzt wieder boxen nach München? Ja, aber jetzt vorherse ich erst mal ein Stück.